heyo leute und was geht hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video auf meinem kanal und enrico italia natürlich auch herzlich willkommen und zwar haben wir heute mal ein kurzes ankündigungsvideo und zwar hatte der enrico eine ziemlich geil die idee für ein neues community projekt willst du das vielleicht mal genauer erzählen weil es war ja deine idee ja auf jeden fall ist sehr schön und zwar habe ich mir gedacht man könnte ja ein bisschen die community auch bei youtube ein bisschen mit einbeziehen und das heißt wir haben eine neue serie oder würden die gerne machen mit euch und zwar ihr nimmt auf als zum beispiel hier die garage von euch eure lieblings garage wo halt die schönsten autos habt oder halt wohl findet diesen richtig geil hier mit osiris oder so und dann ladet ihr das nicht gelistet auf youtube hoch ohne ton ja und sendet uns dann den link von dem video über eine e mail adresse die werden wir dann euch auch noch in die video beschreibung reinpacken oder auch einblenden wie auch immer genau und dann könnt ihr das dann da downloaden und auch dann auch bearbeiten in unseren videos genau und was auch sein könnte da wir beide dieses projekt starten wollen dass manche garagen die wirklich ziemlich gut sind dass sie auch mal doppelt vorkommen das heißt wenn zum beispiel youtuber seid etwas kleinerer youtuber sagen mal 50 abonnenten da kenne ich sehr viele und wenn ihr halt unter diese top 3 kommt dann werdet ihr erstens verlinkt ist ja klar was wäre es wäre ja sonst kacke wenn die von nicht verlinkt werdet oder so und es kann sein dass ich wirklich wenn die garage wirklich sehr gut ist und wir beide die als eine top 3 garage empfinden dann kann es sein dass sie wirklich in zwei videos vorkommt das heißt ihr werdet zweimal sozusagen für eure garage so an einem video erwähnt also lohnt sich auf jeden fall ziemlich mitzumachen ja auf jeden fall und wir würden uns natürlich auch übertrieben auf feedback freuen von euch wie ihr das ganze findet auch wie ihr sagt hey ich finde das nice oder so da würden wir uns echt riesig drüber freuen und ich denke mal so eine aktion so eine serie hat ja eigentlich auch bis jetzt noch kein anderer youtuber oder youtube partner so gemacht ne also kenne ich jetzt nicht wirklich jemanden ne ich auch nicht und ja lasst dann einfach auch einen comment da das wird mich auch riesig riesig freuen ne sonst noch irgendwas ähm ne eigentlich gibt es sonst ähm nichts neues ähm ähm äh eigentlich nicht eigentlich nicht okay also es war ein kurzes video leute ich weiß es selber und äh es wird auf jeden fall noch was anderes kommen jetzt die tage wir werden heute noch ein bisschen aufnehmen und äh es wird auf jeden fall noch anderes zeug kommen bei mir ich weiß ja nicht wie es bei Henrico ist ja doch auch ein paar racing videos auch noch am start hier man sich im dessen beim rennen fahren ein bisschen verbessern kann so zeugs halt eben ne kennt man ja 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 aber aber ohne aber ohne rage diesmal ne ja ohne rage ja diesmal werde ich mich äh ein bisschen in grenzen halten okay ich bin ein bisschen erkältet auch deswegen meine stimme ist noch mal ein bisschen anders aber ich hoffe das ist ganz okay und äh ja klar macht auf jeden fall spaß ich bin gespannt was da kommen wird alles jo und ähm nochmal für meine zuschauer leute enrico italia ist nochmals in der video beschreibung verlinkt checkt ihn auf jeden fall mal hat auf jeden fall mehr abonnenten verdient als er im moment hat also da könnte auf jeden fall noch ein bisschen was dazukommen würde ich behaupten oh dankeschön aber bei dir auch ne du bist auch bei mir in der youtube beschreibung natürlich drinnen ist ja klar hier partnerschaft und so und ähm da geht das natürlich klar und die anderen natürlich auch die mitmachen nicht zu vergessen haben ja auch schon gesagt ne nicht dass ihr jetzt denkt ihr werdet da irgendwie im hintergrund geschoben oder so nein es ist euer gameplay und deswegen werdet ihr auch da verlinkt dann schon gar nicht in diesem format sozusagen weil das ist ja extra ein community format aber ich würde sagen bevor wir jetzt hier noch so zehn minuten quatschen und so können wir ja am besten ne also leute ich sage erstmal von mir ähm vielen dank dass ihr das bis hierhin geschaut habt und schreibt mir bitte mal in die kommentare was ihr hiervon denkt ob ihr diesen enrico italia an meinen videos sehen wollt spaß könnt ihr sagen was ihr wollt nein der wird auf jeden fall dabei sein klar und ähm wenn es euch gefallen hat lasst ein like oder eventuell auch ein abo da worüber ich mich richtig freuen würde und schreibt mal was in die kommentare irgendwie wie ihr das ganze findet oder blablabla und checkt auf jeden fall enrico italia ab gleichfalls kann ich nur zurückgeben alles alles wirklich nur zurückgeben und ich würde sagen ich bin an der stelle raus ja ich denke german auch und bis zum nächsten video dann ne tschau tschau tschau